Hallo Thomas, wir haben gekehrt in Moskau eine schwierige Zeit durch. Wir wünschen euch vom Herzen alles Liebe, kämpft weiter. Wir hoffen, dass wir uns irgendwo nach dem Stadion wiedersehen werden. Ja, lieber Thomas, die rollenden Engler haben uns gescheit gegeben, dass es ein Wunsch ist, am Sonntag im Stadion in Linz zu sein. Ich hoffe, wir sehen uns dort und bis dahin alles Gute, weiterkämpfen. Mach's gut, tschau.